willkommen zu einer weiteren folge flash of clans mit mir im torsen ja liga september 2023 kurzes fazit beziehungsweise mal kurz rein geschnüffelt hier in das ganze also wir haben in vier clans gestartet das habt ihr sicherlich mitbekommen im clan herausforderung klar zu play also die beiden stamm clans und die beiden event clans jeweils mit deutschland und totusbande in deutschland und totusbande spielen in der 30er leute 30er sind immer eigentlich sehr entspannt ich fange ich fange heute im klaren deutschland alt an weil da habe ich keinen account ich habe tatsächlich kein account in deutschland was ein bisschen doof ist also ich habe natürlich ein aber der spiel keine liga mit und dass sie der bänder und aber ich würde trotzdem ganz ganz gerne mal reingehen denn auch deutschland oder deutschland ist wieder ein bisschen stärker geworden vor allen dingen was die rathäuser angeht freut mich natürlich super dass die leute das annehmen dass es hier freie kapazitäten gibt und deswegen habe ich mir gedacht spring mal durch die vier clans und ich zeige euch jeweils einen angriff die ich auch noch die ich selber noch nicht gesehen habe die sind ja jetzt von gestern von heute und erster spieltag 66 55 zweiter war sehr sehr deutlich muss ich sagen mit über 70 stern und zwölf drei an von von 30 das ist sage ich mal für für unser niveau was wir hier eigentlich spielen wirklich wirklich ziemlich stark und aber auch hier schon ein paar drei gegeben ich denke das wird jetzt ein bisschen schwieriger gegen den tag das kann die stehen nicht umsonst da oben aber ihr seht das selber wir sind auch auch gut unterwegs wieder allerdings ist der liga 1 steigen nicht mehr zwei auf sondern es steigt nur noch einer auf aber zwei können absteigen und der zweite nutzt also nichts mehr zum aufstieg in die noch meister liegen meister liga drei meister liga drei leute ich kann es gar nicht glauben ok immer mal in der tut tut an ich weiß wer es ist schwieriger schwieriger name zum aussprechen aber ich weiß ich weiß trotzdem es ist mit drachen angriff hier unter blimp vorweg mal sehen wo die fällt die blimp ich ein bisschen näher für euch rein wo die fährt aber genau vom rathaus okay das ist mal da habe ich immer so ein bisschen respekt vor direkt vom rathaus zu landen denn gerade da liegen natürlich immer sehr sehr gerne fallen für für die blimp insassen so vielleicht mal sagen also für die meistens für die bogenschützen oder auch für die magier je nachdem was man drin hat oder man hat einen mix drin immer davon aus dass er ja auch im mix drin hatte obwohl ich jetzt wirklich nur bogenschützen gesehen habe der turm fällt leider nicht mehr ganz schade dann geht es ja und weiter und dann ist ja noch relativ viel da muss ich sagen ja das ärgerliche ist immer in diesem basis oder sollten in solchen basis ist der art natürlich sehr sehr zentral und kompakt richtung richtung mit also nicht wirklich von außen zu erreichen und aber hier mit einer späten wortentzündung kompensiert das ganze hinten lauert natürlich noch ein scatter shot und jetzt fliege jetzt mal vorbei okay das war noch mal ein unsichtbarkeit zauber gerade da war das noch mal habe ich jetzt nicht aufgepasst der gift war es nicht der würde jetzt noch ein bisschen nachwirken und viel ist da jetzt auch gar nicht mehr am leben aber es ist auch nicht mehr viel hier in der base beziehungsweise dabei hat noch der x bogen auf boden oder sieht man jetzt mal richtig schön hier die range die der auch hat klar auf den rollchampion und sein die tier also sein pet oder ihr pet muss man ja sagen ist eine die und queen ist allerdings auch noch fully full of life kann auch gezündet werden und dann reicht das sogar für den rest selbst mit den tänzeln den king hier hinten ist das easy peasy zu machen der rollchampion geht ja auch noch ein bisschen durch das war es jetzt auch für den rollchampion gleich weil jetzt gibt es vom king ein paar auf die mütze ich meine ich auch immerhin 80er king immerhin auch ein 80er king und das muss jetzt gleich der drache machen der fliegt da schon mal der fliegt auch schon mal in die richtung hin aber ist natürlich sehr ärgerlich gerade am ende dann kommen da noch mal ein paar fallen raus für die bogenschützenkönigin die wurde aber auch schon bezündet man wird es auch kein time fail ja time fails hat man natürlich auch leider wieder leider 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 zeige ich euch gleich auch ein hit up time fail aber erstmal hier ein bisschen aus deutschland älter habt ihr wenigstens etwas gesehen ich kann nicht alles in den live stream zeigen vor allen dingen vergesse ich mal gerne den clan deutschland hat also erinnert mich gerne daran wenn ihr hier angreift und wir sind live und wir haben gerade nicht zu nicht zu schauen also scheut euch nicht mehr zu sagen tuto in de ist es ist gerade eine coole attacke oder so also das braucht auf jeden fall nicht machen dann springen wir mal weiter zur bande dann gehe ich auf die uschi auf die uschi auf die uschi und auch auch hier mit einer 30er super super sache ich muss jetzt noch mal gerade überlegen ja ist noch ist glaube ich noch ganz in ordnung was die begegnung hier angeht ich bin hier selber mit einigen accounts dabei habe hier also zum beispiel jetzt den fans wird hatte die ersten beiden tage den schief alex da drin als neuner ich meine hier können die neuner wenigstens jetzt wieder richtig schön spielen letztes mal haben wir nur eine 15er gespielt da konnten die halt nicht so wirklich hier hier spielen bzw kam nicht zum einsatz so muss man sagen und deswegen freut es mich umso mehr dass die hier wieder mit am start sind ok das macht auch das ist ein achter wieso hatten der rick klaren achter ist ja noch ist ja noch kranker als wir ok das sind neuner ein kleiner neuner ein kleiner neuner mit einer kleinen niedlichen königin mit neun und hier mit einem golem angriff mit hexen im gepäck aber die bestes auch mehr recht als schlecht würde ich sagen obwohl sie sehr kompakt wird durch die vielen kleinen quadrate und felder dass man da eher schlecht durch kommt aber auch hier mit dem heilsraum unterstützt vielleicht wären zwei sprung dort sinniger gewesen weil die müssen sich ja doch hart durchbohren da im klaren buch hat der gegner auch gab ok was nicht schlecht ist dann kann man sich ein bisschen darauf einstellen einfacher ist natürlich wenn die klaren bogen leer bleiben das haben wir in der letzten saison auch häufiger mal gehabt und auch hier glaube ich hatten wir das schon weiß ich gar nicht weiß ich gar nicht ob wir das hatten ich muss ich muss mal gerade ich muss mal gerade überlegen ich glaube das hat noch nicht ich glaube das hatten wir dieses mal noch nicht ob alles hier waren überall klaren bogen jetzt drin auch in den anderen klaren also in den anderen gegnerischen klaren und deswegen ist es eigentlich ganz gut dann kannst du damit planen musst auf jeden fall den gift nehmen der gift war auch nur auf drei in den kleinen radhaustufen sehe ich das immer immer als sehr schwierig an auch wenn man sich den spenden lässt ist er nicht hoch genug um so ein drachen jetzt komplett weg zu machen also du musst auf jeden fall irgendwas dahinter haben damit du die drachen hier irgendwie eliminiert bekommst sonst hast du ein großes problem und deine truppen sterben stück für stück weil der fliegt irgendwann mal da raus aber er hat auch noch zusätzlich in fries dabei gehabt also dann muss man das ein bisschen mit der fries kombi machen dass die truppen so ein bisschen nachrücken und haben wir gesehen funktioniert ganz gut der rest hier ist glaube ich einmal verloren einmal gewonnen und wir sehen aber hier hier ist auf jeden fall noch luft nach oben ob wir unbedingt aufsteigen müssen leute das weiß ich nicht ihr wisst diese frage stelle ich mich auch jede saison aufs neue müssen wir aufsteigen oder sollten wir lieber halten ich meine wenn wir sie behalten sollten dann machen wir halt ein ck hier entweder weniger angriffe oder wir spielen so ein bisschen mit den truppen rum je nachdem was man da machen kann aber ich weiß nicht ob es gut ist hier in clan tutors bande aufzusteigen weil irgendwann müssen wir das rad dann neu erfinden vor allen dingen für die 10er und 9er hier weil die kannst du dann unter umständen nicht mehr wirklich in gold 2 gold 1 mitnehmen weil es dann keinen sinn mehr macht dort mit solchen truppen aufzuschlagen okay aber schon mal danke an die vielen vielen akteure hier ich glaube hier wird auch ganz ganz fleißig angegriffen hier gibt so gut wie kein ausfall 28 von 30 da sehe ich mal als kein ausfall und hier waren es 29 von 30 okay ich kann ja aber auch nicht tauschen ich glaube ich konnte unten konnte ich ein bisschen tauschen gerade so ein schief alex ich muss das ganze mal analysieren ob das immer der gleiche ist der jetzt gerade fehlt dann tauschen wir den aus da kommt der alex halt noch mal zum zum einsatz dann habe ich hier halt noch mal mehr accounts die ich bespielen darf ok so immer einen kleinen höher free to play ihr kennt den kleinen free to play wir sind eine eine kleine aber eingeschworene gemeinde 15er ck ich bin mit dem avatar dabei mit dem war ich eigentlich immer deutschland und hier wurde seit gestern schon ziemlich spannend und ich muss unbedingt erinnert mich dran ich muss unbedingt klaren bogen füllen ich muss unbedingt klaren bogen für das attacke hiervon ob wir haben was live und das so cool brauche ich gar nichts raussuchen wir haben was live brauche ich gar nichts raussuchen das ist hier 1 2 3 40 auch kein royal champion da bayern dann wird der resort wahrscheinlich und zehn ratos 12 sein da ist das 12 62 65 40 sechster da ja ich denke mal jetzt ein zwölfer ok muss also ganz ganz leicht hit abnimmt sich aber trotzdem gegenüber mal sehen vom clan black pearl den kunal mal sehen was er sich einfallen lässt hier da muss er schon ja okay da hat er noch ein bisschen gefließt weil ihm ist die queen da jetzt abhanden gekommen ok jetzt nur plan b kommen vor allen dingen gegen den fetten drachen da müssen jetzt ein paar magier hin weil er hat noch ganz ganz viele treffer punkte ich würde fast sagen viel zu viele treffer punkte und er macht ja er macht vor allen dingen massiv flächenschaden und jetzt ist ein moment nichts hinter und die magier wollen auch nicht die sind irgendwie so ein bisschen aus der range von dem drachen aber doch jetzt kümmern sie sich um 12 laufen hinterher und er ist jetzt gerade am am worten weg weg brezeln hier ja 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 ich hoffe nicht dass das eine nun und null nummer wird schaffen die den drachen oder pustet die auch weg stark und super drachen verdammte eierachs wirklich stark ein prozent noch 50 jawohl dann hat man ein problem wenn einem die queen weg steht der wollte sicherlich hier unten den adler bekommen aber zu wenig wut zu wenig fries oder zu wenig gift oder halt oder halt zu spät und muss eben was trinken so entschuldigt bitte oder halt zu spät wir gucken uns gerade noch mal den anfang an woran hat es gelegen er wollte sicherlich hier wie gesagt bis zum adler kommen 12 nur zwei er hat nur zwei zauber dabei das ist glaube ich ein bisschen wenig ich denke mal drei sind da sind da auf jeden fall angebrachter vor allen dingen wenn du hier ab muss musst du doch die queen etwas mehr in wallung bringen weil die def ihr seht das hier da sind jetzt schon drei gebäude drauf auf eine jetzt jetzt sogar vier jetzt sind da sogar vier gebäude schon auf der queen das ist zu viel und noch kein gut geworfen das ist zu viel er war ein bisschen später das heißt sie musste schon gezündet werden bombe da jetzt kommt gleich noch eine queen dazu er kriegt die mauerbrecher auch nicht wirklich durch und die 65er queen gegen die 65er da ist jetzt schon doppelt doppelt drauf aber sie ist halt jetzt halt schon gezündet ja er wut mehr wut das ist das erfolgserlebnis oder das erfolgserlebnis ja ist klar das erfolgserlebnis aber ein zeige ich euch noch folge geht dann halt mal wieder ein bisschen länger ist mir gestern passiert sehr sehr ärgerlich taxifahrer nicht angegriffen weil die kurs nicht angegriffen magic titan nicht an immer die gleichen die sind ja die sind ja nach der liga auch raus habe ich kann bock mehr drauf die sind auch die die sind dann auch aus ich glaube es war der hier 9 auf 9 radhaus 12 auf radhaus 15 und da sind schon viele viele oder einige gebäude tatsächlich im roten bereich nehmen nehmen dunkelblauen bereich also wirklich schon 15 oder das radhaus ist halt noch ein kleines radhaus ist kein fünfer er ist ein 1er und also auch hier habe ich mich zu einer blimp hinreißen lassen ich hatte auch vorher gebaut ich hätte fast mit hocks machen wollen gut dass ich nicht gemacht habe denn so habe ich hier recht viel schon mal rausbekommen ob auch wenn hier gar nicht mal so viele von der blimp noch über ist aber es hat auf jeden fall für das rathaus gereicht das hat noch für ein skater shot gereicht es hat jetzt auch nicht für die für die vier super minions gereicht viel super minions dann auch noch in der in der klan bogen ich habe ja nix ich habe ich habe keine titanien oder oder was auch immer aber ich habe ein baby daran dabei ich habe mag er dabei ich habe die queen dabei und ich habe ein kinder abhauen kann so muss ich es mal sagen roll champion hier mit rein ane wir sind auf entschuldigt bitte donnerbenkel ist ja jetzt ein 13 entschuldigt bitte ich habe den ja noch zum liga start auf 13 gezogen damit er die erhöhung jetzt alle mitmacht also fünf tage lang plus fünf helden fünf tage lang die dass das labor auf rathaus 13 niveau mit den truppen die ich nehme und da ist es sehr ärgerlich habe das schon gesehen 98 prozent wie knapp das war eine und und vor allen dingen wie knapp das am ende war ich habe hier mal wieder ja ich habe mal wieder fast in die tischkante gebissen so war ich mal wieder drauf und weil es halt auch so weil ich halt auch so unheimlich viel pech am ende hatte muss man ganz klar sagen der worten hier ist ja weit weit weg von range und kriegen konnte ich auch so lange nicht zünden lassen jetzt nehme ich hier oben die minions alle mit rein damit ich hier richtig 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 trouble machen der magertum ist weg und der magertum hier unten war mir eigentlich egal weil ich habe ja ich habe ja den worten auf range also ich habe den worten ja auf eine gute distanz da kommt ja erstmal keine def dran außer vielleicht der minwerfer so ein bisschen ja war aber auch kein ding wollte ich halt die vielen vielen spielen spielen und kommt noch der der jede mit dabei der hat jetzt noch ein paar mal für die kanone und jetzt ist eigentlich so es ist alles außer range kommt keiner mehr dran ich habe nur noch das lager hier das lager hier sind natürlich viele treffer punkte und ich habe aber fast keine minions mehr ja was jetzt passiert ich meine das ist immerhin fünf jetziger worten ich war baff ich weiß auch gar nicht warum der auf die mauer schießt da oder 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 trifft er den worten doch der trifft den worten leicht ne ja der trifft den worten leicht okay die die olle mine und dann hatte ich hinten noch zwei welpen also ein ein aus dem hund und einen normalen pech für weger und 98 prozent aber ich denke mal trotzdem gute angriff wir sind ja auch ganz gut dabei wir sind siebte ok ja ein bisschen müssen uns ran halten aber die gegner sind auch mal wieder fürchterlich stark also alles wieder wieder nur hit-up wochen im freien ich glaube im klaren fit-to-player man noch nie nicht geht ab müssen echnaton haben wir eben schon gesehen mit einem anderen account nicht stimmt gar nicht eine rechte tonne sanchez glaube ich müsste ich jetzt noch mal nachfragen aber okay auch auch hier geht es natürlich dass man hier kurz mal kurz mal checkt wer auch im ersten klang schon nicht angegriffen hat 14 von 15 das wird wahrscheinlich magic sein ja der muss raus der muss einfach raus und ich denke mal der fliegt aus dem plan raus denn anders geht es glaube ich nicht okay wir gehen rein in die oder zu den herausforderern hier auch die sind ganz gut dabei in ihrer liga meister 1 wie schnell das spiel ein aggressiv macht ok besser 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 ich lese den chat heute nicht alles in aggro und alle sind aggro ok es gibt schon wieder elixir gab es letztens gab es nicht gerade auch schon elixir die woche davor zweimal elixir ok ja auch auch hier spielen wir eigentlich ganz gut mit wir haben den ersten verloren den zweiten haben wir gewonnen aber hier greifen auch wirklich alle an also ich kenne es jetzt auch bin es jetzt auch glaube ich nicht anders anders gewohnt hier aus dem clan knapp verloren vor allen dingen kommt noch dazu aber es reicht halt ein 3 auf der gegner seite und ein einer auf unserer seite und schon bist du bei so einem ergebnis 30 30 das war nach prozenten gestern gewonnen und klar natürlich je höher es in den in den liegen geht desto enger werden die results muss man ganz klar sagen da gibt es dann nichts was so überdeutlich ist weil alle haben natürlich ihre daseins berechtigung hier und es ist auch immer noch sehr sehr nah bei aber ich denke die gehalten sollte uns eigentlich irgendwie gelingen ich gucke mal was wir heute schon verzapft haben ich bin ja froh wenn mal zwei holen hier außer der jp der holt irgendwie ganz oft ein also jp ist die echten einstellen monster was aber nicht schlimm ist er dafür trotzdem bleiben ich mag alle die hier sind das könnte mir glauben und und das ist nun spiel manchmal belächerlich das nur weil immer dann wenn jemanden einer holt und ich rege mich darüber auf weil es einfach nach ne hole ich auch ein 1 sterner und ich bin ja auch nicht von der nummer gewahrt okay was hat er denn hier ein smash okay hiermit etwas mit dem flamen finger okay ein smash mit einem eis golem 4 super bowlern einer e titanen okay das habe ich schon irgendwo mal gesehen kann kann das sein dass das damit im moment in der legende angegriffen wird ich glaube ich glaube das habe ich bei zu gesehen diese konstellation meine ich oder ich habe das glaube ich noch ein bisschen anders gemacht mit dem rückholzauber mit mit queen und rückholzauber und dann immer schön ecke für ecke aufgeräumt und dann erst mit dem mit dem smash rein glaube ich ich bin mir nicht ganz sicher ob es wirklich so war aber der flamen finger hier holt eine defense nach der nächsten raus also sehr cool vor allen dingen dass der das schade der scattershot kann doch noch mal ein bisschen bisschen auf den king da ballern aber dennoch bekommt er den natürlich weggegiftet oder weggefeuert das ist ein feuer ist ja kein gift ist ein feuer und aber auch das ist sehr 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 cool gemacht oh die sind aber da da lebt echt nicht mehr nicht mehr viel aber die helden sind jetzt wieder so ultra entscheidend müssen wir weiter verfolgen doch da sind noch ein paar offen ein paar bowler und das rathaus ist auch noch nicht gefallen okay das müssen jetzt queen und die paar bowler noch machen ich weiß gar nicht wie er den auf 100 prozent noch gekriegt hat aber der royal champion ist auch noch nicht raus ne also raus rausgebracht worden royal champion ist auch noch nicht raus kommt jetzt von der seite okay hätte man jetzt auch auf die andere seite spielen können denn da unten ist er ja ganz alleine und muss da um macht jetzt erst die doofen skelette da ach ärgerlich super ärgerlich der erste headhunter habt ihr vielleicht gerade gesehen landet in einer falle so eben mal arbeitsmäßig was erledigen und landet natürlich in einer falle oder landet überhaupt in einer falle und er hat aber noch zwei helden am start queen kann er noch zünden und die fand er jetzt auch rein mit den verbleibenden yetis hier und den maiz sehr schön und dann ist es gleich nur noch der der multi da oben kann er zwei menien schon mal gespielt haben und die maiz gehen jetzt auf die erste def auf die zweite def haben die noch was im basket hier drin ja der hätte auch immer noch was im basket drin also hätte 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 da auch immer noch gepasst aber die schöne klin hier jetzt wird sie gezündet sehr schön gemacht hier schön ange von sanchez drei sterne auf den gegner aber ich würde sagen wir halten uns stabil haben zumindest den ein einer jetzt in ein zweier quasi wieder kompensiert durch den dreier von sanchez also so rechne ich das immer so ein bisschen wenn wenn wir in einer machen dann macht einen an dreier und dann hast du quasi zwei zweier natürlich nicht so von den prozenten her das muss man ganz klar sagen aber noch sieht ganz gut aus alle haben oder beide clans haben bisher drei sterne allerdings haben wir ein stern das heißt im moment ist der gegnerische clan ganz kleines ganz kleinen vorteil wenn die halt weiter ihre zwei sterne strategie fahren dann haben die werden die gewinnen muss man so sagen und oder aber wir ballern denen noch mal drei sterne drei denn die haben hier unten vierzehner das ist im moment glaube ich der vier platzierte ja die haben hier unten drei vierzehner die müssen eigentlich fallen wer traut sich das zu das können wir gerne mal in die kommentare schreiben und natürlich auch wie euch die wirklich mit der wirklich mal wieder fürchterlich lange folge gefallen hat hat sie euch gut gefallen leute dann lassen wir doch einfach einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und am kanal dran bleiben ich würde mich freuen wenn wir uns auf jeden fall morgen wieder sehen beim mit clash mit liga live vielen dank euer toto clashed